Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anfälle von Vampir. Im letzten Tag waren wir auf der Suche nach einem Mörder und haben vielleicht wen getroffen, wenn wir uns helfen können, die mir auch ausgelassen Fähigkeiten geworben haben, als Vampir. Also, wenn du uns doch erst mal das andere machen möchtest. Sag mir, wer bist du? Erst erzähl mir, was du willst. Dann kann ich dir das erzählen. Das ist nichts von deinem Wettbewerb. Herr, du hast meine Wohnung in der Mitte der Nacht, schmerzt wie ein Körper, und schmerzt wie ein Baum. Also, bitte, schmerzt mich. etwas... 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 ist schmerzt die Leute. In Wahrheit, sie zerstört. Sie zerstört. Sie zerstört. Das ist ein Vampir. Wie du. ääh, es scheint nichts dabei auszukennen, aber... es kann nicht والam sein. Du kannst nicht ernst sein. Ich bin nicht ein... nein! Ich kann nicht.. ein Vampir sein! Sir, believe me, this is very real. You are a vampire. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Hmm, and what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. And, what else is going on? What have you discovered concerning the murder? It started a few nights ago. Rumors of violent murder. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground and quickly. I heard another voice. That of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I have no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Of course. We have no idea what to trust you. Hmm. Maybe we can help you. Then help me find the culprit. I may. If you first tell me why you open this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Maybe. We're not sure what we're talking about. What? This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Good to say what we... ...we want to start murder. I will at last have the answers to my questions. Hmm. Then I can only wish you a good hunting. And pray we shall meet again. Okay. Aber wir sollen noch mal die anderen hier befragen. Hier unten haben wir eigentlich schon alle gefragt. Wenn Swansea nicht mein Attacker ist, bedeutet das, dass jemand anderes hier heute Abend gekommen ist. Es muss sein, dass jemand wieder etwas aus dem Schraubladen zu wissen muss. Dann fragen wir ihn noch mal. Kann ich dich wieder erschöpfen? Und du bist immer noch ein wunderschön als Sein. Ich werde dich in deinem Bord anziehen. Willkommen zurück. Hast du das, was du nachher warst? Ich kann nicht sagen, dass ich es habe. Bist du sicher, dass niemand anderes in deinem Bar kam, bevor ich gekommen bin? Hey, ich hab dir gesagt, du wärst der einzige andere Freundin, den ich gehört habe. Ciao, Herr Watts. Ding. Morgen, Herr. Kann ich dir helfen? Ich habe ein paar Fragen für dich. Na, wenn du musst. Wir wollen eigentlich nur überall. Ich spreche mit Dr. Swansea. Er ist nicht der Mann, den ich schaue. Jetzt, ich will die Wahrheit. Die Wahrheit? Was hast du gesagt? Ich glaube, dass jemand anderes hier heute Abend ist. Und ich glaube, dass Tom hier heute nicht möchte. Ich bin nur der Barmaid hier, okay? Wenn Tom sagt, du bist der einzige Besucher, wir hatten, dann bist du der einzige Besucher, wir hatten. Ich kann deine Angst, Frau. Bitte, erzähl mir, was passiert ist. Es ist Will. William Bishop. Er kam hier früher heute Abend und er... Ich dachte, er wird jemanden klocken. Okay. Das bringt uns schon ein bisschen weiter, dann. Warum bist du so Angst? Ich meine, seine Haut. Seine Hände. Ich habe jedes Glas und jedes Schaue, das er beobachtet. Gott, ich hoffe, dass es nicht beeinträchtig ist. Was hat heute Abend passiert? Er war tot, wie immer. Aber mein Gott, seine Augen. Seine Hände. 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 Tell me about this William Bishop. Will was a sailor, who worked at the cannon factory, before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Warum keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing, if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, Will... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. I see. I see. I see. I see. Can you imagine. I see. I see. On the other day. I see. You're dead. mit dem Blutqualitätsakt die Pieren, die du halten wirst, wenn du einen Bürger aussaugst. Vielleicht sollte es hinweisen, erhöhen die Menge der IP. Ja stimmt, das war vorhin noch auf 2750. Die Qualität des Bluts von Bürgern wird im größten Teil des Krieges rundherum durch die Anzahl der Hinweise bestimmt, die du über sie sagst, bevor du sie aussaugst. Ja, es gibt ein paar Hinweise noch und die müssen wir zuerst behandeln, bevor wir aussaugen sollten. Ja gut, wir wissen sowieso noch nicht viel, wahrscheinlich wir nachhundert waren. Du wieder, was kann ich für dich tun? Tom, sprich mit mir über die Besitzung von deinem alten Freund William. Ja, Will kam heute Abend, aber er ist noch nicht mein Freund. Wer ist er? William? William? Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the cannon factory before it closed. Ist er gefährlich? Ja. Wie viele drunks, er ist all barker und kein Bites. Er kann gar nicht aufstehen, die ganze Zeit. Wie war er heute Abend? War er anders? Er ist sicherer als normaler, vielleicht. Er wischig und mummelt über wie viele Leute waren zu ihm, und wie er ließ mit mir draußen ist. Und dann ist er weg, wenn ich verabschiede. Warum ließ mich, wenn er nicht dein Freund sei? Ich habe nicht ließ. Ich sagte, du warst mein einzig unannouncedes Gast. Und das ist die Wahrheit. Ah, stimmt. Also. Einzigen wir nicht kennen, das ist Nervia. Ich muss ihn finden. Es ist eine Sache der Erwärmung. Kennst du, wo er ist? Ihr könnt sein Boot versuchen. Er ist bei der Nordpere. Er schläft da, wenn er zu krank ist, um nach Hause zu kommen. Bitte beschreib ihn zu mir. Was erwartet? Er ist ein großartiger, schläftig, mit schlechten Räsch und schläftig. William war sehr stark. Jetzt ist er ein Mist. Danke, Tom. Wenn du ihn sehen, sagst ihm, dass ich ihn nicht hier zurück will, wenn er seine Aktion schlägt. Okay? Ja, natürlich. Es muss sein, dass etwas tun kann, um rauszukommen zu können. Es muss nicht sein. Hier. Was sollen wir denn nach dem Suchen? Mal schauen, wo wir da hankommen. Eine Mal nicht hier irgendwo lang. Ich werde nach dem Grund dieser Intrigue kommen. Was hat mich für mich getan? Für diese Stadt? Um. Um. Der Körper ist noch warm. Dieser Mann hat gerade nur getrennt. Dieser Mann hat nur getrennt von Blut. Der Körper hat nur getrennt von Blut. Dieser Körper hat nur getrennt von Blut. Der Körper hat nur getrennt von Blut. Just wie die vorhin. Wie die vorhin. Ja, da. Der Körper hat nur getrennt von Blut. was ein Empfänger im Spiel hat, findet das Biest, schaltet es aus, und zwar schnell. Achtung. Laut jüngsten Berichten ist der Vampira das Blut brutal, nähert euch nur mit großer Vorsicht. Ich weiß, dass wir in diesem Teil der Stadt zu wenig Männer haben, doch schickt keine Anfänger los, um der Sache nachzugehen. Wenn ich recht habe, schützt diese Wilde jede Nacht. Es ruft wie immer zuerst, verlassen heute ab, also hält weißer Keller, die Kanalisation oder Lager heilen, wenn ich zu dem Blut sage, Brüder. Hm, danke. Diese Männer, sie sind eine Firma von professionellen Vampirehunterinnen. Dieser Mann war armiert. Er hat versucht, sich zu retten. Ah, es hat ja nicht so geklappt. Blut und wunderte Gin-Botteln. Dieser Bischöpfle ist etwas von einem schweren Trinkern. Es gibt Blutsplatte auf der anderen Seite des Kanals. Ja, ich muss diesen Teil erreichen. Jetzt haben wir eine Weizungspur. Jetzt geht es auch noch hier oben lang. Ich habe den Kommen natürlich aufgeladen. Ich habe nur noch eine Teil der Garten, drei Wochen zum Tag. Ich habe nur noch eine Teil der Garten, drei Wochen zum Tag. Ich habe nur noch eine Möglichkeit, zu schütteln, Herr Billy. Wenn der Mann sagt, ein Blutsack ist hier drin, dann hast du nur einen Job. Und das ist, um ihn zu finden. Und es ist schnell. Aber warum schütteln sie da? Ich karte das Gegner aus. Drücke L3, um Gegner in der Nähe zu finden. Und direkt Atmen und zeigen. Widerstände. Manche Gegner können gewissermaßen besser widerstehen. Es gibt vier Arten von Widerständen. In der physischen Wahlkampf. Fernkampf. Und Kräfte. Blut und Schatten. Braun schweißt auf eine mittlere Widerstandsfähigkeit hin. Der Rot hingegen auf eine hohe Widerstandsfähigkeit. Okay, das heißt Grau ist kein Widerstand. Widerstand. Das ist halt gegen Fergenkampf. Ein Widerstand. Sie sehen sie, Fancy? Ich werde ihn töten. Ich werde dir ein Ende legen. Ah, das. Einen hohen Widerstand gegen Nachkampf. Trotz Messen erhöhten. Beziehungsweise Schusswaffe sowieso. Schusswaffen. Außer seiner Schusswaffe aus. Drücke Dreieck. Um sie einzusetzen. Wohl normal. Falls auch Schockschaden zu verursachen. Ich möchte, dass deine Munition begrenzt ist. Aber wie kann ich die Ausrüstung? ... noch eine Schusswaffe aus. Ausrüstung. Da haben wir noch die Serre hier mit dem, als Schusswaffe. Okay, 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 okay. So kann man die hier an und her wechseln, gut zu wissen. Aber wir haben hier keine Munition, oder was? Auch nicht so wichtig gerade. Wollt ihr sich da Munition aufsammeln können? Ja, fertig. Nehmen wir auch? Nö. Der ist hier verschwunden. Durch die Löcher. Na, vor allem nochmal der Splutspur. Schau mal an, der Fisch ist faszinierend. Ah, faszinierend schnell! Das ist kein Feuer, oder? Ich habe mich immer noch nicht gewöhnt. Kann ich auch hier nach oben rum. Immer wieder ein bisschen Blut. Ich habe ihn nicht gebraucht. Ich hätte hier sonst noch was zu holen. Naja, aber ich hätte zwar von hier oben reingehen können. Mal ganz kurz die andere Seite. Ich habe auch noch was zu holen. Hier eine Strohpflinze quasi. Hier auch was zu holen. Nö. Gut. Also man kann hier schon relativ schnell ein paar Sachen mal sehen. Wenn man nicht aufpasst. Neue Praktiken, neue Taktiken. Ich weiß. Ich weiß. Manche unserer Geschäfte glauben. Ihr größter Vorteil im Kampf gegen die Blutzerber sei, dass die Tage tagsüber nicht rausgehen. Also können wir ihr Versteck suchen und sie ausschalten während sie hier schlafen. Das ist ein Handfingerfehler. Erstmal sind wir hier listig und sie haben viele Finden und Tricks per Ort. Um ihr Versteck nicht gefunden zu werden. Um in ihren Versteck nicht gefunden zu werden. Zweitens stellen sie gefährliche Fallen. Jene die in ihr kostbaren Rückzugsort eindringen würden. Es würde uns zu viel Zeit und zu viele Leute kosten, äh Leben kosten. Papier in ihren Versteck zu finden und auch zu löschen. Die beste Taktik ist es ihnen zu folgen und sie zu vernichten, wenn sie wirklich im Verwundfassen sind nachts, wenn sie jagen. Dann ist es einfach für sie anzugreifen, dass sie leichter entdeckt werden können. Deshalb muss die Wache von Raven neue Taktiken zu reagieren, auf die Blutzerberentwicklung entwickeln und anwenden. Kleine bewegliche Patrouille im Takt. Die wissenschaftliche Forschung und moderne Kommunikationswege nutzen. Wir können viel vom Krieg in Frankreich lernen. Strategien, neue Ausrüstung, neue Waffen. Weißer Phosphor, ultraviolettes Licht, cooles Sichererwesten und Flammenwerfer. Die Waffen von Raven müssen im zwanzigsten Jahrhundert ankommen. Das ist ein neuer Krieg von Jeffrey. Keine Ahnung. Wir sind aus dem Osten von Raven. Wir sind weg, wir sind weg und haben von Raven. Okay. Haben wir ja schon mal gehabt? Also, du ziehst von dem. Warten noch wir uns ein Unterschlupf. Das heißt hier ist ein neuer um zu schlupfen. Bauen können wir glaube ich immer noch nichts, oder? Na doch, aufwerten können wir schon mal irgendwas. Nicht unsere Neukampfwaffe. Waffe aufwerten. Du kannst deine Waffe mit den erforderlichen Bestandteilen auf eine neue Stufe aufwerten. Du versuchst mehr Schaden und du hast außerdem Zugang zu Plätzen zur Modifikation. Ohne Modifizierung so. Äh Stufe 2. Könnten wir machen. Weiß ich aber nicht, ob ich das machen will. 10 Schock, 15 Schock. Dann... ...weiß Upgrade. Ich glaube sie ist das einzige was wir upgraden könnten. Warte nicht, mach ich jetzt an. Ah, möchte ich allerdings noch nicht. Die Möse. Kann es nicht schaden, wenn man die Ressourcen spart glaube ich. Gibt es sicher, spielt es noch bessere Ausrüstung. Okay. Das Willen bringt gar nichts. Äh Erfahrungspunkt sagen wir eigentlich eigentlich nicht so viele. Oder? Kann man nicht irgendwo... Fähigkeiten... Fähigkeiten... Kann ich die Nummer... beim Pennen nachsehen? Okay. Passt ein bisschen drauf. Kann ich mal ganz kurz... rein... Dafür habe ich halt zu wenig Punkte. Äh... Hier. Hier. Durch die Stufe 6. Um weiterzukommen. Ah. Da hat hier drüben noch ein paar Sachen vorgeschaltet. Best du bist. Erhört den Spur, sagt Can, wenn ein bisschen Kampf verwendet wird. Das kann nur 300 Punkte gehört. Ja, Regeneration. Erhört die Regeneration. Dann Lebenspunkte, wenn ein bisschen Kampf verwendet wird. Okay, Zustand des Körpers. Erhört die Gesundheit. Physische Stärke. Erhört die Ausdauer. Blutkapazität erhöht... Ein großer Durst. Erhört die Blutaufnahme, wenn ein bisschen Kampf verwendet wird. Nein, ich kann da mal rein skillen. Sicher nicht schlecht. Also gibt es uns hier neue Sachen. Wie wir skillen können. Nicht die Blutbarriere. Oder... Geringerung. Ich allerdings für weiß glaube ich gerade zu wenig. Äh... 600... Wie viel kostet das? 600, okay. Da steht hier kein Text dabei. Was ich gerade noch will nachschauen. Mh... Machen wir noch den Schaden ein bisschen höher. Den wir verursachen mit Biss. Nein, ich möchte nicht verursachen. Ich möchte natürlich bestätigen, ne? Okay. Allerdings vielleicht die Patentestellung noch schon überendlich. Danke euch, wenn wir uns zu sehen. Die letzte Wertung, was euch gefallen hat. Wenn nicht das soll, könnte ich kein Models. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Vampyr wieder. Ciao.